Grüß euch Leilern! Ausdrehen, dass ihr auch am Ostersonntag einschaut um 20 Uhr bei HeinrichMahlTV zur täglichen Dosis Musik habe ich mir heute gedacht und weil auch schon mal der Wunsch da gefallen ist im Chat an Hans Söldner zu spülen und das mache ich doch heute gerade einmal und ich hoffe ihr habt viel Spaß eine meiner wichtigsten Inspirationen an Hans Söldner und ich habe fast einmal die Möglichkeit gehabt, dass ich mit ihm auf der Bühne stehe oder zumindest eine Bühne teilt beim gleichen und dazu ist es nicht gekommen vielleicht dazu vielleicht irgendwann aber die Geschichte dazu für heute wünsche euch aber auch viel Spaß und so schaut's aus und dann sag du mir einmal was du alles machst für mich ich geh in Schule und lerne nur das was du glaubst dass ich wissen muss ob mich das interessiert das interessiert dich nicht das ist dir total wurscht von Anfang an probierst du nix anders als dass du mich hinbegst wie du es bebrauchst ich lass mir's gefallen weil ich mir denk du wirst schon wissen was du machst dann geh ich in die Arbeit und ich hab acht Stunden lang jeden Tag mein Scheißjob und von dem Geld das ich verdien ziehst du mir zwei Drittel glaub ich da ab und die paar Netzstimmen noch bleiben gehen drauf für Wohnung, Gas und Licht und ich mach Schulden auf der Bank dass ich im Internet erfriere Hey Stadt, Hey Stadt, Hey Stadt Hey Stadt, Hey Stadt heut sag dir ihr mal was ich alles mach für dich Hey Stadt, Hey Stadt, Hey Stadt und dann sag du mir einmal was du alles machst für mich Hey Stadt, Hey Stadt, Hey Stadt Hey Stadt, Hey Stadt und dann sag du mir einmal was du alles machst für mich Hey Stadt, Hey Stadt, Hey Stadt und dann sag du mir einmal was du alles machst für mich Hey Stadt, Hey Stadt Schreibst du mir mein Kleid und vor mein Haarschnitt Schreibst du mir mein Bild und vor mein Job Sogar mein Glauben schreibst du mir vor und ich depp zahl und ein erneuer Gott der bloß wie den Finger auf mich zeigt Ich sollte ihn respektieren und Ehren der ganze Völker ausgeholt hat oder mit Drogen bekehrt Kauf deine Drogen Bier und Schnapse aber du beschimpfst mich, wenn ich es nimm diskriminierst mich, weil ich rauche immer du musst stark sein, du verdienst du gleich wie mir geht es dir doch gut du müsstest eigentlich dankbar sein dafür das wird die Zoll für dein Geschwafel für dein Beleidigung und für dein Liegen und für dein Liegen und für dein Liegen Hey Stadt, Hey Stadt, Hey Stadt Hey Stadt, Hey Stadt Hej Stadt, He Stadt gut sag der ihr mal was ich alles mache für dich Hey Stadt, Hej Stadt, und dann sag du mir mal was du alles machst für mich He Stadt, He Stadt, He Stadt Hey Stadt, He Stadt ëlne 해 Stadt Oh Mann, ich bin doch schlecht für deine Töchter, Heschtad. Du schaust dich für andere Leute für mich. Du nimmst mich auch sozial und dumm. Sei froh, dass du so Blöde gibst. Nur von den Blöden kannst du leben, von den Schleimer, die sich nicht beschweren und die, die die Hände vor den Mund halten, wenn sie miteinander reden. Ich hab mir 40 Jahre lang alles gehalten, Heschtad. 40 Jahre lang hab ich gemacht, was du zu mir sagst. Aber nicht ein einziges Mal hast du Dankeschön zu mir gesagt. Und jetzt, wo ich aufstehe und mich wehre, weil ich find das endlich einmal lang. Nennst du mir einen Kratler und Verbrecher, am liebsten stehst du mir an die Wand. Heschtad, 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 Heschtad. Heute sag dir ihr mal, was ich alles mach für dich. Heschtad, Heschtad, Heschtad und dann sag du mir einmal, was du alles machst für mich. Heschtad, 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 Heschtad. Heute sag dir ihr mal, was ich alles mach für dich. Heschtad, Heschtad, Heschtad und dann sag du mir einmal, was du alles machst für mich. Aber heute, heute sitzen wir da beim Heinrich-Mall-TV. Ich mit euch und ich mit mir. Dankeschön dafür. Schön ist es. Und wir zeigen, dass es eine Friedlichkeit mit Hirn, mit Diskutieren, mit Zuhuhuren. Schau dich einmal, für was Heschtad, Heschtad, Heschtad. Für die kleinen Kinder, die gerade sterben. An Leukämie und ihre Eltern, die an ihre Hände halten und rehen. Dein Zeit ist um und meine auch, Heschtad. Und für mich geh ich sicher nicht daraus. Aber mein Buh, der hat mindestens 60 Grad vor sich. Und ich tue alles, dass er das schafft. Du bist kein Vorbild mehr für mich, Heschtad. Du hast dich rausgefressen vom Geld. Dieser andere Sau schwein verdient und sogar am Hunger von derer Welt. Hast noch deinen Spaß und deinen Profit, mit dem du dann Völkermalt betreibst. Hey Mann, für das, was du dann magst auf derer Welt. Hat dich von uns keiner gewählt. Hat dich von uns keiner gewählt. Gott, warum haben wir nicht. Hey, Heschtad! Hey 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 Heschtad! Geh dir mal was du alles bist für mich! So, weil ich bis jetzt immer ehrlich zu euch war, bin ich auch heute ehrlich. Ich habe heute natürlich ein paar Mal geschnitten, das habt ihr aber wahrscheinlich eh gemerkt. Ich möchte nur meine Stimme ein bisschen schonen, dann kann ich zwei, drei, vier Lieder aufnehmen und euch weiterhin garantieren, dass jeden Tag um 20 Uhr Musik auf einmal stattfindet. So, ganz einfach. Und wenn es einmal wieder gut geht, dann sing ich eh wieder durch. Also von daher... Wenn euch das gefallen hat, dann tut euch bitte das Video bewerten, kommentieren, tut meinen Kanal abonnieren, macht Werbung dafür, ich bedauke mich recht recht herzlich und wir sehen uns morgen um 20 Uhr, genau da, genau zur gleichen Zeit, Ihr seid's Leiband, ja, pfiert euch! Und jetzt... ... ... ...